Viertes Kapitel Ich glaube gar, sagte die Gräfin, Eugenie weiß noch nicht einmal, was eigentlich da vor ihr steht. Sie kennt wahrhaftig ihren alten Liebling in seinem neuen Flur und Früchteschmuck nicht mehr. Bestürzt, ungläubig, sah das Fräulein bald den Baum, bald ihren Ohrheim an. Es ist nicht möglich, sagte sie, ich weiß ja wohl, er war nicht mehr zu retten. Du meinst also, versetzte jener, man habe dir nur irgendein ungefähres Ersatzstück ausgesucht? Das wäre was rechts, nein, sieh nur her, ich muss es machen, wie es in der Komödie der Brauch ist, wo sich die totgeglaubten Söhne oder Brüder durch ihre Muttermähler und Narben legitimieren. Schau diesen Auswuchs da, und hier die Schrunde übers Kreuz, du musst sie hundertmal bemerkt haben. Wie, ist es, oder ist es nicht? Sie konnte nicht mehr zweifeln, ihr Staunen, ihre Rührung und Freude war unbeschreiblich. Es knüpfte sich an diesen Baum für die Familie das mehr als hundertjährige Gedächtnis einer ausgezeichneten Frau, welche wohl verdient, dass wir ihrer mit wenigem hier gedenken. Des Urheims Großvater, durch seine diplomatischen Verdienste im Wiener Kabinett rühmlich bekannt, von zwei Regenten nacheinander mit gleichem Vertrauen geehrt, war innerhalb seines eigenen Hauses nicht minder glücklich, im Besitz einer vortrefflichen Gemahlin, Renate Leonore. Ihr wiederholter Aufenthalt in Frankreich brachte sie vielfach mit dem glänzenden Hofe Ludwigs des Vierzehnten und mit den bedeutendsten Männern und Frauen dieser merkwürdigen Epoche in Berührung. Bei ihrer unbefangene Teilnahme an jenem steten Wechsel des geistreichen Lebensgenusses verleugnete sie auf keinerlei Art in Worten und Werken die angestammte deutsche Ehrenfestigkeit und sittliche Strenge, die sich in den kräftigen Zügen des noch vorhandenen Bildnisses der Gräfin unverkennbar ausprägt. Vermöge eben dieser Denkungsweise übte sie in der gedachten Sozietät eine eigentümliche naive Opposition und ihre hinterlassene Korrespondenz weist eine Menge Spuren davon auf, mit wie viel Freimut und herzhafter Schlagfertigkeit es mochte nun von Glaubenssachen, von Literatur und Politik oder von was immer die Rede seien, die originelle Frau ihre gesunden Grundsätze und Ansichten zu verteidigen, die Blößen der Gesellschaft anzugreifen wusste, ohne doch dieser im Mindesten sich lästig zu machen. Ihr reges Interesse für sämtliche Personen, die man im Hause einer Ninon, dem eigentlichen Herd der feinsten Geistesbildung, treffen konnte, war demnach so beschaffen und geregelt, dass es sich mit dem höheren Freundschaftsverhältnis zu einer der edelsten Damen jener Zeit, der Frau von Sévigné, vollkommen wohl vertrug. Neben manchen mutwilligen Scherzen Chapelles an sie, vom Dichter eigenhändig auf Blätter mit silberblumigem Rande gekritzelt, fanden sich die liebevollsten Briefe der Marquisin und ihrer Tochter an die ehrliche Freundin aus Österreich nach ihrem Tode in einem Ebenholzschränkchen der Großmutter vor. Frau von Sévigné war es denn auch, aus deren Hand sie eines Tages bei einem Feste zu Trianon auf der Terrasse des Gartens den blühenden Orangenzweig empfing, den sie sofort auf das Geratewohl in einen Topf setzte und glücklich angewurzelt mit nach Deutschland nahm. Wohl 25 Jahre wuchs das Bäumchen unter ihren Augen allgemach heran und wurde später von Kindern und Enkeln mit äußerster Sorgfalt gepflegt. Es konnte nächst seinen persönlichen Werte zugleich als lebendes Symbol der feingeistigen Reize eines beinahe vergötterten Zeitalters gelten, worin wir heutzutage freilich des wahrhaft preisenswerten wenig finden können und das schon eine unheilvolle Zukunft in sich trug, deren welterschütternde Eintritt dem Zeitpunkt unserer harmlosen Erzählung bereits nicht ferne mehr lag. Die meiste Liebe widmete Eugenie, dem Vermächtnis der würdigen Ahnfrau, weshalb der Ohrheim öfters merken ließ, es dürfte wohl einst eigens in ihre Hände übergehen. Desto schmerzlicher war es dem Fräulein denn auch, als der Baum im Frühling des vorigen Jahres, den sie nicht hier zubrachte, zu trauern begann, die Blätter gelb wurden und viele Zweige absterben. In Betracht, dass irgendeine besondere Ursache seines Verkommens durchaus nicht zu entdecken war und keinerlei Mittel anschlug, gab ihn der Gärtner bald verloren, obwohl er seiner natürlichen Ordnung nach leicht zwei- oder dreimal älter werden konnte. Der Graf hingegen von einem benachbarten Kenner beraten, ließ ihn nach einer sonderbaren, selbsträtselhaften Vorschrift, wie sie das Landvolk häufig hat, in einem abgesonderten Raume ganz insgeheim behandeln und seine Hoffnung, die geliebte Nichte eines Tages, mit dem zu neuer Kraft und voller Fruchtbarkeit gelangten alten Freunde zu überraschen, ward über alles Erwarten erfüllt. Mit Überwindung seiner Ungeduld und nicht ohne Sorge, ob denn wohl auch die Früchte, von denen etliche zuletzt den höchsten Grad der Reife hatten, so lang am Zweig halten würden, verschob er die Freude um mehrere Wochen auf das heutige Fest. Und es bedarf nun weiter keines Wortes darüber, mit welcher Empfindung der gute Herr ein solches Glück noch im letzten Moment durch einen Unbekannten sich verkümmert sehen musste. Der Leutnant hatte schon vor Tische Gelegenheit und Zeit gefunden, seinen dichterischen Beitrag zu der feierlichen Übergabe ins Reine zu bringen und seine vielleicht ohnehin etwas zu ernst gehaltenen Verse durch einen veränderten Schluss den Umständen möglichst anzupassen. Er zog nunmehr sein Blatt hervor, das er, vom Stuhle sich erhebend und an die Cousine gewendet, vorlas. Der Inhalt der Strophen war kurzgefasst dieser. Ein Nachkömmling des vielgepriesenen Baumes der Hesperiden, der vor Alters auf einer westlichen Insel im Garten der Juno als eine Hochzeitsgabe für sie von Mutter Erde hervorgesprost war und welchen die drei melodischen Nymphen bewachten, hat eine ähnliche Bestimmung von jeher gewünscht und gehofft, da der Gebrauch, eine herrliche Braut mit seinesgleichen zu beschenken, von den Göttern vorlängst auch unter die Sterblichen kam. Nach langem vergeblichen Warten scheint endlich die Jungfrau gefunden, auf die er seine Blicke richten darf. Sie erzeigt sich ihm günstig und verweilt oft bei ihm. Und doch der musische Lorbeer, sein stolzer Nachbar am Bord der Quelle, hat seine Eifersucht erregt, indem er droht, der kunstbegabten Schönen Herz und Sinn für die Liebe der Männer zu rauben. Die Myrte tröstet ihn umsonst und lehrt ihn Geduld durch ihr eigenes Beispiel. Zuletzt jedoch ist es die andauernde Abwesenheit der Liebsten, was seinen Gram vermehrt und ihm nach kurzem Siegtum tödlich wird. Der Sommer bringt die Entfernte zurück und bringt sie mit glücklich umgewandtem Herzen zurück. Das Dorf, das Schloss, der Garten, alles empfängt sie mit tausend Freuden. Rosen und Lilien in erhöhtem Schimmer sehen entzückt und beschämt zu ihr auf. Glück winken ihr Sträucher und Bäume. Für einen, ach, den Edelsten, kommt sie zu spät. Sie findet seine Krone verdorrt, ihre Finger betasten den leblosen Stamm und die klirrenden Spitzen seines Gezweigs. Er kennt und sieht seine Pflegerin nimmer. Wie weint sie, wie strömt ihre zärtliche Klage. Apollo von Weitem vernimmt die Stimme der Tochter. Er kommt, er tritt dazu und schaut mitfühlend ihren Jammer. Alsbald mit seinen allheilenden Händen berührt er den Baum, dass er sich erhebet, der vertrocknete Saft in der Rinde gewaltsam anschwillt, schon junges Laub ausbricht, schon weiße Blumen da und dort in ambrosischer Fülle aufgehen. Ja, denn was vermochten die Himmlischen nicht? Schön runde Früchte setzen an, dreimal drei, nach der Zahl der neun Schwestern. Sie wachsen und wachsen, ihr kindliches Grün zusehends mit der Farbe des Goldes vertauschend. Phübus, so schloss sich das Gedicht, Phübus überzählt die Stücke, weidet selbst in sich daran. Ja, es fängt im Augenblicke, ihm der Mund zu wässern an. Lächelnd nimmt der Gott der Töne von der saftigsten Besitz. Lass uns teilen, holde Schöne und für Amon diesen Schnitz. Der Dichter erntete rauschenden Beifall und gern verziehe man die barocke Wendung, durch welche der Eindruck des wirklich Gefühlvollen so völlig aufgehoben wurde. Franziska, deren froher Mutterwitz schon zu verschiedenen Malen, bald durch den Hauswirt, bald durch Mozart in Bewegung gesetzt worden war, lief jetzt geschwinde, wie von ungefähr an etwas erinnert hinweg und kam zurück, mit einem braunen englischen Kupferstich größten Formats, welcher, wenig beachtet, in einem ganz entfernten Kabinett unter Glas und Rahmen hing. Es muss doch wahr sein, was ich immer hörte und rief sie aus, indem sie das Bild am Ende der Tafel aufstellte, dass sich unter der Sonne nichts Neues begibt. Hier eine Szene aus dem goldenen Weltalter und haben wir sie nicht erst heute erlebt? Ich hoffe doch, Apollo werde sich in dieser Situation erkennen. Vortrefflich, triumphierte Max, da hätten wir ihn ja, den schönen Gott, wie er sich just gedankenvoll über den heiligen Quell hinbeugt. Und damit nicht genug dort, seht nur, einen alten Satu hinten im Gewüsch, der ihn belauscht. Man möchte darauf schwüren, Apollo besinnt sich eben auf ein lange vergessenes arkadisches Tänzchen, das ihn in seiner Kindheit, der alte Chiron, zu der Zitter lehrte. »So ist's und nichts anderes«, applaudierte Franziska, die hinter Mozart stand, »und«, fuhr sie gegen diesen fort, »bemerken Sie auch wohl den fruchtbeschwerten Ast, der sich zum Gott heruntersenkt?« »Ganz recht, es ist der ihm geweihte Ölbaum.« »Keineswegs, die schönsten Apfelsinen sind's, gleich wird er sich in der Zerstreuung eine herunterholen.« »Viel mehr«, rief Mozart, »er wird gleich diesen Schelmenmund mit tausend Küssen schließen.« Damit erwischte er sie am Arm und schwur, sie nicht mehr loszulassen, bis sie ihm ihre Lippen reiche, was sie denn auch ohne vieles Sträuben tat. »Erklär uns doch, Max«, sagte die Gräfin, »was hinter dem Bilde steht. Es sind Verse aus einer berühmten horazischen Ode. Der Dichter Rammler in Berlin hat uns das Stück vor kurzem unübertrefflich deutsch gegeben. Es ist von höchstem Schwunge. Wie prächtig eben diese eine Stelle. Hier, der auf der Schulter keinen untätigen Bogen führt, der seines Dälos grünenden Mutterhain und Pataras beschatteten Strand bewohnt, der seines Hauptes goldenen Locken in die kastalischen Fluten taucht.« »Schön, wirklich sehr schön«, sagte der Graf, »nur hier und da bedarf es der Erläuterung so zum Beispiel.« »Der keinen untätigen Bogen führt«, hieße natürlich schlechtweg, »der allerzeit einer der fleißigsten Geiger gewesen.« »Doch, was ich sagen wollte, bester Mozart, Sie säen Unkraut zwischen zwei zärtliche Herzen. Ich will nicht hoffen. Wieso? Eugenie beneidet ihre Freundin und hat auch allen Grund. Aha, Sie haben mir schon meine schwache Seite abgemerkt. Aber was sagt der Bräutigam dazu?« »Ein- oder zweimal will ich durch die Finger säen.« »Sehr gut, wir werden der Gelegenheit wahrnehmen. Indes fürchten Sie nichts, Herr Baron, »Es hat keine Gefahr, solange mir nicht der Gott hier sein Gesicht und seine langen gelben Haare borg. Ich wünsche wohl, er täts. Er sollte auf der Stelle Mozart's Zopf mitsamt seinem schönsten Bundle dafür haben.« Apollo möge sich dann aber zusehen, lachte Franziska, »wie er es anfängt künftig, seinen neuen französischen Haarschmuck mit Anstand in die kastalische Flut zu tauchen.« Unter diesen und ähnlichen Scherzen stieg Lustigkeit und Mutwillen immer mehr. Die Männer spürten nach und nach den Wein, es wurden eine Menge Gesundheiten getrunken, und Mozart kam in den Zug, nach seiner Gewohnheit in Versen zu sprechen, wobei ihm der Leutnant das Gleichgewicht hielt und auch der Papa nicht zurückbleiben wollte. Es glückte ihm ein paar Mal zum Verwundern. Doch solche Dinge lassen sich für die Erzählung kaum festhalten. Sie wollen eigentlich nicht wiederholt sein, weil eben das, was sie an ihrem Orte unwiderstehlich macht, die allgemein erhöhte Stimmung, der Glanz, die Jovialität des persönlichen Ausdruckes in Wort und Blick fehlt. Unter anderem wurde von dem alten Fräulein zu Ehren des Meisters ein Toast ausgebracht, der ihm noch eine ganz lange Reihe unsterblicher Werke verhieß. »A la Bonheur, ich bin dabei«, rief Mozart und stieß sein Kelchglas kräftig an. Der Graf begann hierauf mit großer Macht und Sicherheit der Intonation, krafteigene Eingebung zu singen. »Mögen ihn die Götter stärken zu den angenehmen Werken«, Max fortfahrend, wovon der da Ponte weder noch der große Schikaneder, Mozart, noch bei Gott der Komponist, es mindestens weiß zu dieser Frist, Graf, alle, alle soll sie jener Hauptspitzbub von Italiener noch erleben, wünsche ich sehr, unser Signor Bonbonnier. So nannte Mozart unter Freunden seinen Kollegen Salieri, der Wuhr ging und stand, Zuckerwerk naschte, zugleich mit Anspielung auf das Zierliche seiner Person. Max, gut, ich gebe ihm hundert Jahre, Mozart, wenn ihn nicht samt seiner Ware, eile drei Konforzer, noch der Teufel holt vorher unseren Monsieur Bonbonnier. Und durch das Grafen ausnehmende Singeslust schweifte ihm das zufällig entstandene TZ mit Wiederaufnahme der letzten vier Zeilen in einen sogenannten endlichen Kanon aus, und die Fräulein Tante besaß Humor oder Selbstvertrauen genug, ihren verfallenen Soprano mit aller Anverzierungen zweckdienlich einzumischen. Mozart gab nachher das Versprechen, bei guter Muße, diesen Spaß nach den Regeln der Kunstexpress für die Gesellschaft auszuführen, das er auch später von Wien aus erfüllte. Eugenie hatte sich im Stillen längst mit ihrem Kleinod aus der Laube des Tiburius vertraut gemacht, allgemein verlangte man jetzt das Duett vom Komponisten und ihr gesungen zu hören, und der Ohrheim war glücklich, im Chor seine Stimme abermals geltend zu machen. Also erhob man sich und eilte zum Klavier ins große Zimmer nebenan. Ein so reines Entzücken nun auch das köstliche Stück bei allen erregte, so führte doch sein Inhalt selbst mit einem raschen Übergang auf den Gipfel geselliger Lust, wo die Musik an und für sich nicht weiter in Betracht mehr kommt, und zwar gab zuerst unser Freund das Signal, indem er vom Klavier aufsprang, auf Franziska zuging und sie, während Max bereitwilligst die Violine ergriff, zu einem Schleifer persuadierte. Der Hauswirt säumte nicht, Madame Mozart aufzufordern, im Nu waren alle beweglichen Möbel, den Raum zu erweitern, durch geschäftige Diener entfernt. Es musste nach und nach ein Jedes an die Tour, und Fräulein Tante nahm es keineswegs übel, dass der gelandte Leutnant sie zu einer Menuet abholte, worin sie sich völlig verjüngte. Schließlich, als Mozart mit der Braut den Kehraus tanzte, nahm er sein versichertes Recht auf ihren schönen Mund, in bester Form dahin. Der Abend war herbeigekommen, die Sonne nah am Untergehen, es wurde nun erst angenehm im Freien, daher die Gräfin den Damen vorschlug, sich im Garten noch ein wenig zu erholen. Der Graf dagegen lud die Herren auf das Billardzimmer, da Mozart bekanntlich das Spiel sehr liebte. So teilte man sich denn in zwei Partien, und wir unsererseits folgten den Frauen. Nachdem sie den Hauptweg einige Male gemächlich auf- und abgegangen, erstiegen sie einen runden, von einem hohen Rebengeländer zur Hälfte umgebenen Hügel, von wo man in das offene Feld, auf das Dorf und die Landstraße sah. Die letzten Strahlen der herbstlichen Sonne funkelten rötlich durch das Weinlaub herein. Wäre hier nicht vertraulich zu sitzen, sagte die Gräfin, wenn Madame Mozart uns etwas von sich und dem Gemahl erzählen wollte? Sie war ganz gerne bereit, und alle nahmen höchst behaglich auf den im Kreis herbeigerückten Stühlen Platz. Ich will etwas zum Besten geben, das Sie auf alle Fälle hätten hören müssen, da sich ein kleiner Scherz darauf bezieht, den ich im Schilde führe. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, der Gräfin Braut, zur fröhlichen Erinnerung an diesen Tag, ein Angebind von sonderlicher Qualität zu verehren. Dasselbe ist so wenig Gegenstand des Luxus und der Mode, dass es lediglich nur durch seine Geschichte einigermaßen interessieren kann. Was mag das sein, Eugenie, sagte Franziska, zum wenigsten das Tintenfass eines berühmten Mannes? Nicht allzu weit gefehlt. Sie sollen es noch diese Stunde sehen. Im Reisekoffer liegt der Schatz. Ich fange an und werde mit Ihrer Erlaubnis ein wenig weiter ausholen. Vorletzten Winter wollte mir Mozarts Gesundheitszustand durch vermehrte Reizbarkeit und häufige Verstimmung ein fieberhaftes Wesen nachgerade Bange machen. In Gesellschaft noch zuweilen lustig, oft mehr als recht natürlich, war er zu Hause meist trüb in sich hinein, seufzte und klagte. Der Arzt empfahl ihm Diät, Firmonter und Bewegung außerhalb der Stadt. Der Patient gab nicht viel auf den guten Rat, die Kur war unbequem, zeitraubend, seinem Tagelauf schnurstracks entgegen. Nun machte ihm der Doktor die Hölle etwas heiß. Er musste eine lange Vorlesung anhören von der Beschaffenheit des menschlichen Geblütes, von den Kügelgöns darin, vom Atemholen und vom Phlogiston. Halt unerhörte Dinge. Auch wie es eigentlich gemeint sei, von der Natur mit Essen trinken und verdauen, das eine Sache ist, worüber Mozart bis dahin ganz ebenso unschuldig dachte wie sein Junge von fünf Jahren. Die Lektion in der Tat machte merklichen Eindruck. Der Doktor war noch keine halbe Stunde weg, so fand ich meinen Mann nachdenklich, aber mit aufgeheitetem Gesicht auf seinem Zimmer über der Betrachtung eines Stocks, den er in einem Schrank mit alten Sachen suchte und auch glücklich fand. Ich hätte nicht gemeint, dass er sich dessen erinnerte. Er stammte noch von meinem Vater, ein schönes Stück, ein schönes Rohr mit hohem Knopf von Lapislazuli. Nie sah man einen Stock in Mozarts Hand, und ich musste lachen. Du siehst, rief er, ich bin daran, mit meiner Kur mich völlig ins Geschirr zu werfen. Ich will das Wasser trinken, mir alle Tage Motion im Freien machen und mich dabei dieses Stabes bedienen. Da sind mir nun verschiedene Gedanken beigegangen. Es ist doch nicht umsonst, dachte ich, dass andere Leute, was da gesetzte Männer sind, den Stock nicht missen können. Der Kommerzienrat, unser Nachbar, geht niemals über die Straße, seinen Gevatter zu besuchen, der Stock muss mit. Professionisten und Beamte, Kanzleiherren, Krämer und Chalanden, wenn sie am Sonntag mit Familie vor die Stadt spazieren, ein jeder führt sein wohlgedientes, rechtschaffenes Rohr mit sich. Vornehmlich habe ich oft bemerkt, wie auf dem Stephansplatz, ein Viertelstündchen vor der Predigt und dem Amte ehrsame Bürger da und dort truppweis beisammen stehen im Gespräch. Hier kann man so recht sehen, wie eine jede ihrer stillen Tugenden, ihr Fleiß und Ordnungsgeist, gelassener Mut, Zufriedenheit, sich auf die Wackernstöcke gleichsam als eine gute Stütze lehnt und stimmt. Mit einem Wort, es muss ein Segen und besonderer Trost in der altväterischen und immerhin etwas geschmacklosen Gewohnheit liegen. Du magst es glauben oder nicht, ich kann es kaum erwarten, bis ich mit diesem guten Freunde das erste Mal im Gesundheitspass über die Brücke nach dem Rennweg promeniere. Wir kennen uns bereits ein wenig und ich hoffe, dass unsere Verbindung für alle Zeit geschlossen ist. Die Verbindung war von kurzer Dauer. Das dritte Mal, dass beide miteinander aus waren, kam der Begleiter nicht mehr mit zurück. Ein anderer wurde angeschafft, der etwas länger Treue hielt und jedenfalls schrieb ich der Stockliebhaberei ein Gutteil von der Ausdauer zu, womit Mozart drei Wochen lang der Vorschrift seines Arztes ganz erträglich nachkam. Auch blieben die guten Folgen nicht aus. Wir sahen ihn fast nie so frisch, so hell und von so gleichmäßiger Laune. Doch machte er sich leider in kurzem wieder allzu grün und täglich hatte ich deshalb meine Not mit ihm. Damals geschah es nun, dass er, ermüdet von der Arbeit eines anstrengenden Tages, noch spät ein paar neugierige Reisenden Wegen zu einer musikalischen Soiree ging. Auf eine Stunde bloß versprach er mir heilig und teuer, doch das sind immer die Gelegenheiten, wo die Leute, wenn er nur erst einmal am Flügel festsitzt und im Feuer ist, seine Gutherzigkeit und Herzlichkeit am mehrsten missbrauchen. Denn da sitzt er als dann wie das Männchen in einer Montgolfiere, sechs Meilen hoch über dem Erdboden schwebend, wo man die Glocken nicht mehr schlagen hört. Ich schickte den Bedienten zweimal mitten in der Nacht dahin, umsonst. Er konnte nicht zu seinem Herrn gelangen. Um drei Uhr früh kam dieser denn endlich nach Haus. Ich nahm mir vor, den ganzen Tag ernstlich mit ihm zu schmollen. Ich schickte den Bedienten.